Liebe Freundin, hier ist euer Steinbein. Ich hatte auf der Gamescom die Gelegenheit, Mauderblade 2 Bannerlord anzuspielen. Und zwar nicht so wie im letzten Jahr nur den Multiplayer-Kampfmodus, sondern auch die Singleplayer-Kampagne, worauf ich mich sehr gefreut habe, weil das ist doch das Kernstück meines Erachtens dieses Spiels. Und nicht nur das, ich konnte die halbe Stunde auch aufzeichnen. Das hat TaleWorlds sehr gut organisiert. Ich möchte euch aber jetzt nicht komplett diese halbe Stunde am Stück zeigen, sondern so ein bisschen immer hin und her springen zu interessanten Szenen und euch dazu was berichten. Es gibt auch da einigen Leerlauf. Das hängt damit zusammen, dass ein netter Mitarbeiter von TaleWorlds ein deutscher Level-Designer bei mir war und ich Fragen stellen könnte. Und was natürlich besonders schön war, der verfolgt sogar meinen Kanal. Also Grüße gehen raus. Vielen Dank für die nette Unterhaltung. So, wir starten einfach mal rein. Mauderblade 2 Bannerlord. Und ihr werdet gleich sehen, im normalen Spiel hat man natürlich eine Charaktererstellungsmöglichkeit. Hier haben sich für diese Demo-Version drei verschiedene Charaktere zur Auswahl gestellt. Ich entscheide mich jetzt mal für die rechte Dame, die gut reiten, mit dem Bogenschießen und irgendwas noch konnte, was ich jetzt schon nicht gesehen habe oder vergessen habe. Und ihr werdet gleich sehen, ja, Mauderblade ist Mauderblade geblieben. Es gibt diese klassische Übersichtskarte. Es gibt unsere kleine Spielfigur, die wir bewegen können oder unsere Gruppe, die wird ja durch eine Gruppe repräsentiert. Und ja, wir sehen hier die Welt mit den verschiedenen Städten, Dörfern. Ich glaube, wir sehen bei den Dörfern häufig auch gleich, was dort produziert wird. Ich glaube, das ist hier Salz. Bin mir auch nicht ganz sicher. Und dann das übliche Prinzip, wenn man sich nicht bewegt, geht die Zeit nicht weiter. Wenn man sich bewegt, geht die Zeit weiter. Das, was ich finde, ein sehr geniales Prinzip ist. Man kann mit Maus steuern oder mit Tastatur. Und wir werden uns später auch nochmal die Karte uns genauer angucken. Aber erstmal werde ich mich gleich jetzt hier in diese Stadt begeben. Makap, die hier in unserer Nähe ist. Und hier kommen wir zu einem ersten interessanten Punkt. Nämlich, es gibt nicht, es öffnet sich nicht gleich irgendwie ein Menüfenster, sondern wir bleiben in dieser Kampagnen-Sicht. Und das ist insofern schön, weil erstens, also hier gibt es ein paar Veränderungen, über die wir reden müssen. Erstens, jede Stadt sieht nicht gleich aus, sondern auch die Stadt-Icons, sage ich jetzt mal, die Stadt-Symbole auf der Karte, sehen genauso aus, wie die Stadt aussieht. Das ist eine coole Sache. Dadurch kann man schon auf der Karte die Städte sehr gut unterscheiden und wiedererkennen. Und dementsprechend bleibt man dann auch erstmal hier im Menü gewissermaßen auf der Karte und hat hier links die Abkürzung. Also man kann, wir lassen mal weiterlaufen, man kann entweder jetzt hier zu den einzelnen Gebieten gehen. Man kann hier direkt handeln, Truppen rekrutieren, man kann warten oder man kann auch direkt in die Stadt reingehen und sich alles persönlich angucken. Und hier oben, sehr komfortabel, ist eine Abkürzung. Dort finden wir alle vier NPCs oder wichtige Personen, mit denen die Quests haben. Das sehen wir in den Ausrufezeichen. Ich glaube, sie würden auch hier erscheinen, wenn sie keine Quests haben. Das sind einfach die wichtigen Honorationen der Stadt. Die haben auch noch eine Bedeutung später für die Rekrutierung. Dazu kommen wir gleich. So, ich entscheide mich aber, direkt in die Stadt zu gehen. Also da kann man sich wirklich frei entscheiden, ob man ganz immersiv all diese Sachen in der Stadt besuchen möchte oder über das Menü dorthin gehen will. Das ist sehr schön, dass die freie Wahl da betrifft, je nachdem, wie intensiv man das Rollenspiel betreiben kann. Ja, und jetzt, es ist auch wunderbar. Schaut euch das mal an. Und das Tolle ist, jede Stadt, jede Stadt ist handgebaut und sieht anders aus. Also ihr werdet keine Stadt finden, die so aussieht wie die andere. Natürlich gibt es verschiedene Settings, sage ich mal, Fraktionen. Wir sind jetzt hier bei so einem Steppenvolk und dementsprechend auch sehen die Städte aus. Aber sie sind frei begehbar, sie sehen lebendig aus. Man kann hier irgendwo hochsteigen, aber natürlich nicht in jedes Haus gehen, weil nur Häuser, wo irgendwas ist, wo ein Laden ist. Wo eine Kneipe ist, keine Ahnung, die könnt ihr dann begehen. Es ist auch so, dass sie eine Sache verändert haben und zwar die Ressourcen. Man kann ja Ressourcengebäude kaufen in dem Spiel. Mount & Blade ist ja nicht nur ein Rollenspiel oder ein Kampfspiel, sondern auch eine Art Handelssimulation mit einem dynamischen Markt. Und wenn man jetzt Ressourcengebäude kauft, aufbaut und so weiter, dann sind die direkt verknüpft mit Gebäuden hier in der Stadt. Und man kann also dann hier zur Miete irgendwelche Gebäude anmieten und dort die Produktion starten. Also so ein bisschen gildemäßig, würde ich fast sogar sagen. Sehr, sehr stimmungsvoll übrigens. So, wir sehen übrigens hier, mit Alt kann man die wichtigen Personen und Gebäude in dem Ort hier anzeigen lassen. Ihr seht auch die Questgeber, sieht man hier, leider noch ohne Entfernung und außerdem ist es auch nicht sehr hilfreich, wenn man nicht weiß, wenn man sich in der Stadt noch nicht auskennt, wenn man nicht weiß, wo welche Gassen lang führen. Ich laufe jetzt hier irgendwie so ein bisschen sinnlos rum, weil da hinten komme ich nicht weiter. Wir sehen aber auch hier die Arena, das Gefängnis und dort hinten ist, glaube ich, Lord's Hall. Ja, also wo der Oberhaupt sitzt. So, ich suche mich jetzt hier so ein bisschen, suche mir jetzt so ein bisschen den Wolf. Ihr seht es gleich, ich lasse es nochmal an, hier um die Ecke komme ich nicht weiter, weil hier die Kampfarena ist. In der Kampfarena kann man wie gewohnt Turniere durchführen, Kämpfe durchführen, auf diese Art und Weise aufleveln, besser werden, Erfahrung gewinnen und auch Geld gewinnen. Man kann aber jederzeit wieder zurück in diesen Stadtbildschirm und ich entscheide mich jetzt auf dem kurzen Weg, also mit einem der Questgeber zu sprechen, mit dem Müller. Und hier haben wir ihn und das ist auch so Mount & Blade-like. Es gibt dann ein kleines Dialogmenü, wo man sich vorstellt und wo er dann einem so ein bisschen seine Sorgen erzählt. Und er hat die Sorgen, dass hier irgendwelche Banditen unterwegs sind, die einzelne Reisende angreifen und um die soll man sich kümmern. Ja, ich glaube, jetzt bietet er einem auch noch, genau, 1000 Gold bietet er für diesen Job, was natürlich super gut bezahlt ist. Da stimme ich dann sofort zu, aber er hat gleich auch noch eine Bedingung, wenn ich mich recht erinnere. Übrigens, wir sehen auch gleich, unsere Beziehung zu ihm hat sich um eins verbessert und wir erhalten von ihm einen Soldaten noch als Hilfe. Und er hat hier eine komische Bedingung und zwar sollen wir sie erledigen innerhalb eines Tagesritzes um die Stadt herum, damit klar wird, dass, also allen zukünftigen Banditen klar wird, dass man sich der Stadt nicht nähern sollte. Das ist eine interessante Bedingung, die wir erfüllen müssen. Ja, okay, das sollte man hinkriegen. Wir gehen mal ein bisschen weiter rum, aber ich glaube, ich gehe jetzt wieder raus. Genau, und jetzt gehe ich über das Menü zu der Taverne und kann jetzt hier mit zum Beispiel einem Söldner, einem Nichtspielercharakter sprechen. Entscheide mich aber direkt wieder in die Taverne reinzugehen, weil es doch irgendwie stimmungsvoller ist. Ihr seht es, wie sie hier schön die Zeit verbringen, auf den Teppichen hocken. Wunderbar, also das sieht wirklich herrlich aus und je nachdem, wo man ist, bei welcher Fraktion, dementsprechend sieht es natürlich anders auch in den Tavernen aus. So, und hier treffe ich Miesam Iron Eye. Hier sehen wir oben auch unsere Beziehung und ja, ich werde ihn anheuern. Er möchte 300 Gold dafür haben und das ist in Ordnung. Und jetzt gehört er zu unserer Gruppe. Er ist also nicht nur ein einfacher Soldat wie der, den wir eben bekommen haben vom Müller, sondern er ist ein richtiger Charakter, den man dann aufleveln kann. Wobei die einfachen Soldaten können wir auch aufleveln, aber er hat noch weitaus mehr differenzierte Möglichkeiten. So, jetzt heißt es Truppen rekrutieren. Das ist das nächste, das sind sozusagen die einfachen Soldaten in unserer kleinen Armee. Und das System ist ein bisschen verändert worden. Und zwar, das basiert jetzt auf den Beziehungen zu den Honorationen in einer Stadt. Das heißt, es reicht nicht nur einfach nur ein gutes Verhältnis zu einem Ort zu haben oder einer Gesamtfraktion oder zu einem Grafen, keine Ahnung, sondern innerhalb des Ortes gibt es verschiedene Leute und zu denen muss man gute Beziehungen aufbauen, indem man, keine Ahnung, mit ihnen handelt, Quests erledigt und so weiter und so fort. Und je besser die Beziehungen sind mit diesen, umso mehr, ich kann noch ein bisschen laufen lassen, umso höherstufiger, besser ausgebildete Truppen kann man von ihnen rekrutieren. Ihr seht das im Moment, also bei dem Müller kann ich schon hier Stufe 3 rekrutieren, hat er blöderweise jetzt aber auch nur so eine Stangenkämpfer da. Ja, und also alles, was hier ausgeleuchtet ist, das ist möglich. Und wenn wir unsere Beziehung verbessern, dann ist eben auch mehr möglich. In dem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass, das ist eine Neuerung, dass auch die KI-Fürsten aus diesem, auf diese Art und Weise rekrutieren. Das heißt, bei denen erscheint nicht, wie durch Zauberhand irgendwie, füllt sich nicht ihre Truppen wieder auf, sondern auch sie müssen bei den Honorationen von Zeit zu Zeit hingehen und neue Leute rekrutieren. Das heißt, man konkurriert um den gleichen Pool von Leuten. Das ist schon ganz wichtig und eine wesentliche Veränderung. Auch das führt zu einem stärker dynamischen Aspekt, wie ja auch die Wirtschaft dynamisch ist. Zum Beispiel, wenn man jetzt, wenn es sozusagen Probleme bei der Pferdezucht gibt, weil Orte geplündert wurden, keine Pferde mehr in einer Fraktion hergestellt werden, dann gibt es auch Probleme, hier Leute mit Pferden zu rekrutieren, weil die Pferde dafür nötig sind. So, wir sehen jetzt hier unten übrigens auch die Veränderungen. Das ist die Veränderung der Geschwindigkeit unserer Truppe. Ich glaube, ich werde jetzt gleich alle rekrutieren. Und dann seht ihr gleich, weil die alle keine Reittiere haben. Doch, eine hat Reittiere. Ja, okay. Aber auf jeden Fall, weil die alle, fast alle keine haben, reduziert sich jetzt unsere Geschwindigkeit um 1,8. Und vor allem unser Soll, den wir pro Woche, glaube ich, bezahlen, der erhöht sich um plus 9. Das sehen wir hier als Perspektive. Derzeit können wir 38 Leute in der Gruppe haben. 11 sind jetzt mit dabei. Und jetzt gibt es das nächste Entscheidende. Wir müssen Nahrung kaufen für unsere Truppe. Und da können wir hier direkt, wir können auch in der Stadt handeln, in die Läden gehen, aber wir können auch hier handeln. Hier unten sehen wir übrigens, ich gehe jetzt hier gerade mal über diese Anzeige. Wir haben im Moment nur eine Einheit Nahrung. Und wir sehen pro Tag, oder ich bin mir nicht ganz sicher, oder ob das pro Woche ist. Ich glaube, alles wird pro Woche berechnet. Ich weiß es nicht genau. Kostet das 0,6. Unsere Leute verbrauchen 0,6. Das heißt, es ist dringend nötig, dass wir hier ein bisschen Nahrung kaufen. Das machen wir dann auch gleich, glaube ich. Ich glaube, jetzt sind wir wieder ein bisschen ins Gespräch vertieft. Deswegen spule ich mal ein bisschen nach vorne. Und wir sehen jetzt hier mal den Handelsbildschirm. Links sehen wir den Händler hier in Mugcap, was der zur Verfügung hat. Es ist ziemlich viel, wie ihr seht. Rechts ist das, was wir hier gerade bei uns tragen. Und was aber schön gemacht ist, hier kann man nach Sortieren, nach Waffen, Rüstung und so weiter. Und eben auch nach Nahrung. Und das sind die ganz verschiedenen Formen von Nahrung, die man nicht nur kaufen kann, um sich zu ernähren, sondern mit denen man auch Handel treiben kann. Das ist, wie gesagt, eines der wichtigen Aspekte des Spiels. Man kann Nahrung selbst produzieren, dadurch günstig herstellen, woanders verkaufen, dort, wo gerade Not am Mann ist. So kann man auch Geschäfte machen. Man kann also wirklich auch komplett als Händler spielen, dieses Spiel, wenn man das möchte. Und ihr seht es, ich greife zum Bier. Das bringt nämlich nicht nur Nahrung, sondern erhöht auch die Moral der Gruppe. Ein weiterer wichtiger Faktor, der unter anderem im Kampf relevant ist, wenn es darum geht, wie schnell fliehen die eigenen Gruppen. Es gibt dementsprechend halt unterschiedlich teure Nahrung mit unterschiedlichen Auswirkungen, vor allem auf die Moral. Also soweit ich weiß, hat die Nahrung ausschließlich Auswirkungen auf die Moral. Bessere Nahrung bedeutet bessere Moral für die Truppe. Gut. So, soweit dazu. Ich glaube, ich springe nochmal. Genau. Jetzt schaue ich mir noch ein paar andere Sachen an. Hier zum Beispiel sehen wir verschiedene Waffen, die jetzt hier im Angebot sind. Da wir unter anderem mit Pfeil und Bogen kämpfen, schaue ich mir mal die Pfeile hier genauer an. Ihr seht die Statistiken, die Vergleichswerte. Irgendwie hat die einen besseren Durchschlag hier. Und ich glaube, ich entscheide mich dazu, einen von diesen Dingern zu kaufen. Vergesse es aber übrigens anzulegen. Das heißt, in der Schlacht werde ich das noch nicht einsetzen. Ja, ihr seht es hier auch, Schilde und Pferde sind im Angebot. Pferde spielen eine ganz große Rolle im Spiel. Wir haben hier schon in der Gruppe drei Steppenpferde. Das wird noch nur ein Thema sein. Hier wird übrigens immer schön verglichen zwischen dem Pferd, was man gerade reitet und was man zum Beispiel hier kaufen kann. Ein Pferd namens Hunter oder eine Rasse namens Hunter. Das erfordert zum Beispiel den Reitenskill 60. Wir haben erst Reitenskill 30, könnten es also nicht nutzen. Aber wir sehen, wie viel besser das ist. Es hat einen Charge-Schaden von 15 und es ist nur von 4. Es manövriert ein bisschen besser und es hat auch minimal bessere Hitpoints. Also es gibt, glaube ich, sieben oder acht verschiedene Pferderassen, die eine Rolle spielen. Und sehr schön hier oben können wir gleich durch unsere Charaktere, unsere Kompagnons scrollen und sie dementsprechend auch ausrüsten. Es gibt übrigens neuerdings ein Pferdemenü, ein Pferdeuntermenü, so nenne ich das mal, wo man Sattel und Zaumzeug und so weiter auch noch austauschen kann. Ja, ich glaube, das haben wir dann getan. Wir haben jetzt alles gekauft, was gekauft werden muss. Wir sehen hier unten, wir haben sechs Nahrung zumindest. Und wir verlassen jetzt mal die Stadt. Und irgendwie kapiere ich dann, glaube ich, jetzt auch, wie man die Karte drehen kann. Ich weiß gar nicht, ob das mittlere oder rechte Maustaste war. Kommt gleich. Ja, genau. Ich gehe mal ein bisschen raus. Na, Steinwallen. Jetzt stell dich nicht so doof an. Ja, jetzt. Alles klar. Also natürlich frei, drehbar und zoombar und so weiter. Das ist ja das, was wir kennen. So, jetzt gehe ich aber hier gerade mal ins Questmenü. Das ist auch ganz interessant, wie das aussieht. Wir haben 29 Tage Zeit, um die Banditen zu jagen. Und wir müssen drei von diesen erledigen. Das wird hier verfolgt, wie gut wir das machen, wie weit wir da sind. Wir sehen auch hier den Questgeber nochmal. Das ist alles sehr, sehr schön. Ich finde, übersichtlich gestaltet. So, ich gehe aber nochmal rein in die Stadt, weil ich nochmal mit dem Nächsten spreche und mir da auch nochmal eine Quest hole. Das ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so interessant. Er hat, na doch, weil das führt nämlich gleich zum Kampf. Er hat uns gesagt, dass eine Karawane bedroht wird von einer Truppe von Banditen natürlich auch außerhalb der Stadt. Die werden gerade angegriffen. Und er schickt uns jetzt, glaube ich, seine eigenen Leute mit, sodass wir zusammen dorthin reiten können. Seine Miliz. Ja, und wir sollen keine Zeit verlieren. Und ich nehme die Quest dann gleich an. Und jetzt sehen wir hier schon auf der Karte, dass hier diese Schlacht tobt. Das heißt, hier ist die Karawane der Stadt und wir sehen die Banditen. Und wir gehen natürlich sofort dorthin, um zu helfen. Und wir sehen hier auch jetzt, das sind unsere Elf und das sind die Elf, die er uns mitgeschickt hat. Also gemeinsam werden wir jetzt hier eingreifen. Ihr seht, die Schlacht ist im Gange. Die verlieren auch schon hier jeweils Leute. Und hier kann man sich wie gewohnt entscheiden, ob man involviert, ob man selber kämpfen will. Wartet mal, ich gehe mal ganz kurz zurück, um einmal, ob man selber kämpfen will oder automatisch das kämpfen lassen will. Wenn man das automatisch macht, sieht man jetzt auch so ein bisschen einen spannenderen Bildschirm. Da sieht man nämlich die Kampfübersicht. Und da wird dann, ja, da gehen dann die Opferzahlen gewissermaßen hoch. Das kann man dadurch ein bisschen besser verfolgen. Und hier sehen wir eine Übersicht über die Anzahl der Kämpfer und wer da beteiligt ist, welche Gruppen. Hier ist die Karawane. Das ist unsere Truppe und das ist die Miliz aus Maket, die uns hier begleitet hat. So, jetzt kommen wir gleich mal zum Kampf. Und ja, wie soll ich sagen, das ist wirklich ein Herzstück, du spielst. Und es fühlt sich einfach fantastisch an, auch wenn ich ewig nicht gespielt habe. Und hier total... Aber schaut mal, wie das Reiten, wie das Pferd sich bewegt. Das ist wunderbar. Ich habe erstmal keine Ahnung, wo meine Truppen sind. Da hinten merke ich dann die weißen Truppen, die dort stehen. Das sind meine. Genau, das sind unsere Lanzenkämpfer. Hier sehen wir sie. Und das ist, glaube ich, diese eine Miliz, die uns der Müller mitgegeben hat. Und irgendwo muss auch noch unser zweiter Charakter sein. Hier unser Freund, der reitet aber hier auch irgendwo in der Gegend rum. Ich glaube, der steht da hinten. So, ja. Ich habe natürlich jetzt erstmal völlig von nix eine Peilung. Schlag daneben und so weiter und so fort. Das Kampfsystem ist wirklich anspruchsvoll, aber es fühlt sich richtig gut an. Auch wenn ich hier unfassbar viele Luftschläge mache, habe ich doch das Gefühl, dass man das mit ein bisschen Übung wieder draufkriegt. Hier sehen wir übrigens das Spiel. Das muss ich nochmal kurz erwähnen. Man muss diese Spiele nicht einfach als Action-Spiel spielen, sondern man kann theoretisch sich auch wie so ein General fühlen und mit sehr komplexen Formationsbefehlen, das gab es aber schon auch im ersten Teil, seine Leute dirigieren. Ich habe hier nur mal dieses Menü geöffnet, habe aber von nichts meine Peilung, gebe jetzt irgendwie völlig zufällig irgendwelche Bewegungsbefehle. Völlig ahnungslos. Ja, die Leute sollen sich da hinbewegen, wie auch immer. So, ich werde jetzt mal so ein bisschen vorspulen, weil es mir peinlich ist, wie oft ich hier daneben haue. Aber wir gehen mal ein bisschen weiter. Also das ist jetzt, der Gegner ist glaube ich hier nur mit auf dem Pferde hier unterwegs. Ein ziemliches Chaos. Trotzdem, es spielt sich butterweich, es fühlt sich richtig gut an. Wir sind übrigens hier auch am Strand, das ist auch ganz schick. So, hier habe ich wenigstens mal einen Treffer gelandet. Und der Schlachtbereich ist, ihr seht es, auch begrenzt. Man darf dann aus einem gewissen Bereich nicht raus. Und irgendwann komme ich dann auf die Idee, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, auch mal unsere andere Waffe zu ziehen. Wir haben nämlich noch einen Bogen dabei. Ich wechsle jetzt mal. Es sind nur noch wenige Gegner dabei. Meine Leute, die stehen da einfach nur rum. Das ist glaube ich aber als Lanzenkämpfer gegen Kavallerie gar nicht so schlecht. So, hier treffe ich auch direkt auf Anhieb zumindest das Pferd. Ihr seht es hier. 30 Schaden. Und es wird auch noch die Schwierigkeit des Schusses irgendwie bewertet. Ich glaube, das hat dann Relevanz für die Erfahrungspunkte oder so, die wir dann bekommen. Okay, das geht jetzt auch immer noch so weiter. Ich treffe nicht mehr oft, das kann ich schon mal verraten. Ist wirklich nicht einfach, vom Pferde aus zu schießen. Aber jetzt ist nur noch ein Gegner da, der hier mit seinem Speer aber noch ein bisschen Schaden macht. Aber hier unsere Leute mit ihren Speeren, die stehen da so richtig schön. Jetzt kriegt er auch noch von mir einen in den Rücken. Das war auch noch mal ein Treffer. Ja, und das war's. Die Schlacht ist geschlagen. Der Anteil unserer Heldinnen war nicht besonders groß, wie ich zugeben muss. Aber ich glaube, wir haben noch nicht mal Verluste erlitten. So, jetzt freuen sich alle und dann sollten wir gleich in den Kampfabschlussbildschirm kommen. Und wir sehen, wir sind ein bisschen bekannter geworden durch diesen Sieg und wir haben Moral gewonnen. Und dann sehen wir hier auch, wer wie viele Leute erledigt hat, wer geflohen ist und so weiter und so fort. Leider, ich habe irgendwie vergessen. Ich weiß gar nicht, ob man hier runterscrollen konnte. Das habe ich irgendwie nicht getan. Im Nachhinein ist mir viel noch aufgefallen, was man sich hätte angucken müssen. Aber so ist das dann in dem Moment. So, ja, die bedanken sich bei uns, die Karawane und ganz großzügig verweise ich auf unseren Auftraggeber. Und wir bekommen jetzt noch was, weil wir hier, glaube ich, eine Quest erfüllt haben. Wir werden mit Akadan, unser Verhältnis verbessert sich hier nochmal deutlich. Und wir bekommen nochmal an Bekanntheit durch die Erfüllung der Quest, unsere Bekanntheit ist jetzt auf 24 hier in der Gegend gestiegen. So, und das ist jetzt das Ergebnis einer Schlacht. Wir sehen erstmal, dass sich unsere Leute hier aufleveln können. Oder eine davon. Ich weiß gar nicht genau, wie viele. Auf die nächste Stufe. Und ich glaube, ich werde da auch gleich mal raufklicken. Und da kommen wir nämlich zum interessanten Punkt. Genau. Nämlich, man muss sich hier entscheiden. Das kennt man. Da gibt es so Verzweigungen bei den Truppentypen. Aber wir sehen, das kostet auch was. Das kostet 45, ihn zu einem Bogenschützen zu machen. Und ihn zu einem Steppenreiter zu machen, kostet nur 15. Das ist ein bisschen merkwürdig. Warum ist das billiger? Weil man, um das zu tun, und das ist wieder neu, braucht man ein Pferd im Inventar der Gruppe. Und da das Pferd selbst schon einen hohen Wert hat, sind die Grundkosten dadurch geringer. Aber man muss eben das Pferd haben. Das ist, finde ich, sehr, sehr schön. Das heißt, das ist ein bisschen anspruchsvoller, das Aufleveln. Und wenn irgendwo Pferdeknappheit ist, dann kann man das eben nicht. Sehr, sehr gut, finde ich das. So, ich glaube, ich mache das dann auch. Also ich vermute, das heißt, zwei kann ich aufleveln. Mache ich das? So, jetzt bin ich mal... Ich glaube, ja, wir unterhalten uns gerade darüber. Deswegen geht das hier nicht voran. Jetzt kann ich nur noch ein... Hm, okay, wie auch immer. Hier sehen wir wieder unsere Gefangenen. Die können wir rüberziehen. Ich hatte den, glaube ich, aus Versehen links rübergezogen. Die können wir rüberziehen, dann irgendwie verkaufen oder für uns rekrutieren. Aber auch das kennt man aus Mount & Blade. So, aus technischen Gründen war jetzt dieser erste Teil des Videos erledigt. Es geht aber kurz noch weiter in das Loot-Menü. Das schauen wir uns aber im zweiten Teil des Videos einfach nochmal weiter an. Hier sehen wir, was wir alles bekommen. Schöne Sachen, unter anderem diese tollen Stiefel, die deutlich besser sind als unsere, die wir jetzt im Moment haben. Aber auch die werde ich nicht anziehen. Aber natürlich nehme ich den Loot mit rüber. So, okay. Ja, ach so, das ist noch eine interessante Sache, die ich noch nicht erklärt habe. Man kann hier wechseln zwischen dem zivilen Aussehen und dem Krieger Aussehen. Und in den Städten wird man automatisch mit diesem zivilen Aussehen ausgerüstet, während auf den Schlachtfeldern man natürlich in Rüstung unterwegs ist. Das ist noch eine interessante Sache. Das hat auch dann noch irgendwie Bedeutung in den Städten. Das habe ich aber nicht bis zum Ende kapiert. Es gibt auch so komische Gassen noch hinter, hinter, wie soll ich sagen, schlechte Gegenden in den Städten, die man quasi erobern kann, auch für sich. Das geht, glaube ich, wenn man so ein bisschen kriminell spielt und dann Kontrolle über Teile der Stadt bekommt. Aber auch das System habe ich noch nicht endgültig verstanden gehabt. Ja, okay. Alles klar. Ich gucke mir noch ein bisschen die Sachen an, die man ausrüsten kann. Und jetzt reite ich zurück. Da hinten beginnt übrigens schon wieder eine Schlacht. Ich glaube, die Überlebenden dieser Briganten, die haben gleich nochmal die Karawane angegriffen. Die Miliz hat sich dann abgespaltet und kämpft jetzt wieder. Das ist jetzt übrigens nochmal eine interessante Sache, die mir hier gezeigt wurde. Und zwar, wir haben ja zum Beispiel Bier. Das haben wir jetzt noch nicht verbraucht. Und da wir jetzt ein bisschen unterwegs waren, sehen wir hier Handelsgerüchte. Wir sehen also, für welchen Preis man in Maccap, das ist die Stadt, die wir kennen, man Bier kaufen und verkaufen kann. Und je weiter wir herumkommen, umso mehr Preise von den Städten sehen wir. Das heißt, das macht den Handel deutlich angenehmer, weil man einfach jetzt nicht irgendwie Notizen immer zu machen muss, wo was, wie viel kostet. Das verblasst aber nach einer gewissen Zeit. Da gibt es irgendwie einen Counter. Nach gewissen Tagen verschwindet das dann wieder oder es wird ungenau. Ob das hundertprozentig stimmt, ist auch nicht ganz klar. Aber auf jeden Fall hat man da eine Orientierung, was ich sehr, sehr schön finde. Okay, so, ich spule mal. Oder wir können auch hier nach vorne gehen. Ja, das ist interessant. Gehen wir nochmal zurück. Ich gehe jetzt hier in dieses Clan-Menü. Und das ist meines Wissens auch was Neues. Es bildet sich nämlich hier so eine Art Familie und Clan, den man managen kann. Wir gucken uns vielleicht den Bildschirm nochmal ein bisschen an. Hier sehen wir als Hauptfigur. Und es ist, wenn ich das richtig verstanden habe, wurde mir gesagt, man kann tatsächlich auch sterben und trotzdem weiterspielen, wenn man Erben hat. Ich weiß nicht sogar, ob man Kinder bekommen kann. Keine Ahnung. Aber es soll so ein bisschen Cruisity Kings mäßig sein. Also, dass man echt hier so einen Familienstammbaum aufbauen kann und einen Clan gewissermaßen spielt am Ende. Das ist natürlich ganz toll. Wir sehen hier übrigens ein paar Infos. Wir sehen unseren Kompagnon. Wir können sechs maximal dabei haben. Wir sehen hier, wie groß unsere Truppe ist. Wenn ich das richtig sehe, können wir verschiedene Gruppen auch führen. Allerdings brauchen wir dort Tier 3 für unseren Clan. Und dafür brauchen wir Bekanntheit, wenn ich das richtig sehe. Unsere Bekanntheit ist 24. Um den nächsten Tier zu erreichen, brauchen wir Bekanntheit 50. Das hat dann irgendwelche Vorteile. Und wir können übrigens hier auch wichtige Funktionen besetzen. Was das im Einzelnen bringt, weiß ich noch nicht genau, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Sache. So wie so einen kleinen Hof, auch bei Cruisity Kings gewissermaßen. Ja, soweit erstmal dazu. Den Finanzbildschirm habe ich leider vergessen, mir anzuschauen. Ne, doch, da sind wir. Ah, okay. Habe ich doch nicht vergessen. Ja, ihr seht hier unsere Truppe. Wie teuer sie ist im Unterhalt. Das ist alles noch sehr überschaubar. Hier würde man dann auch das Einkommen sehen, wenn man Produktionsbetriebe hat und so weiter und so fort. So, ich glaube, mehr gibt es dann hier auch nicht zu gucken. Was aber jetzt ganz wichtig ist, ich zoome jetzt mal ein bisschen raus. Und zwar Clans, Stichwort Clans. Man hat nicht nur selber einen Clan, sondern in jedem Königreich gibt es Clans. Und das sehen wir hier an den Symbolen. Also die Farbe definiert das Königreich und das Symbol auf der Farbe definiert den Clan. Das heißt, es gibt also nicht nur ein einheitliches Königreich, wo man irgendwie Einfluss gewinnen muss, wo man Beziehung zu haben kann, sondern innerhalb des Königreiches gibt es auch noch unter Fraktion eben diese Clans, die dann auch untereinander möglicherweise im Konflikt liegen, verbündet sind miteinander. Da hat er aber noch nicht viel erzählt. Das steht wohl alles noch nicht so ganz fest. Das ist, glaube ich, der Punkt, an dem sie jetzt noch vor allem arbeiten werden. Schaut euch das an. Ich finde es großartig. Die Karte ist sicher, also da gibt es irgendwie, sicher ist die Grafik nicht State of the Art, aber sie ist auf jeden Fall eine extreme Verbesserung zum ersten Teil. Und es sieht irgendwie, wie ich finde, doch sehr, sehr beeindruckend schön aus. Und dieser stufenlose Zoom rein und raus ist fantastisch. Ja, aber dieses Clan-Ding, das ist eine große Neuerung jetzt des zweiten Teils und soll das Spiel, das Diplomatie-Spiel, das Intrigenspiel innerhalb eines Königreiches auch noch weit interessanter machen. Okay, so, jetzt habe ich auch mal die Karte gedreht. Das ist so die Karte, die wir dann erleben werden mit den einzelnen Königreichen, den entsprechenden Farben, jede Fraktion, unterschiedliche Vor- und Nachteile. Das ist aber alles soweit bekannt. Und es spielt, glaube ich, wenn ich die Lore richtig verstanden habe, bitte korrigiert mich, vor der Zeit von Mountain Blade 1. Das hat ja so eine eigene Hintergrundgeschichte, wobei das ist ja, man nennt das ja Low Fantasy, aber das ist extrem Low Fantasy. Es gibt meines Wissens keine Magie, keine Monster oder so weiter. Das ist alles auf mittelalterlichen, ja, Nationen, Völkern beruhend in einer Fantasiewelt. Das ist ja der Kern von Battlelord. Auch das ist der Grund, warum ich das hier in meinen Kanal mit integriere. Es hat einen starken History-Anteil, ohne dass es eben eine konkrete Geschichte abspiegelt. Aber es ist nun ganz klar irgendwie im Mittelalter verortet, so mit sehr, sehr in der historischen Realität ähnlichen Fraktionen. So, ansonsten passiert jetzt hier nicht mehr viel. Ich zoome hier so ein bisschen rum und genieße die Karte. Das könnt ihr auch noch ein bisschen tun. Ich gucke mal auf meine Notizen, ob ich noch irgendwas Wichtiges vergessen habe zu erwähnen. Nee, ich glaube nicht. Wichtig, ach so, vielleicht noch ein paar Ausführungen zu dieser Wirtschaft. Wie gesagt, es ist eine dynamische Wirtschaft. Es gibt Angebot und Nachfrage. Das wird alles richtig simuliert. Es erscheinen irgendwo Güter einfach so aus dem Nichts. Und das heißt auch, das ist ein wichtiger Aspekt, um einzugreifen. Man kann, ich sprach ja davon, dass man Produktionsunternehmen haben kann, in den Städten selbst oder in den Dörfern. und es kann passieren, dass halt andere Fürsten des eigenen Clans zum Beispiel, dass die in der gleichen Stadt den gleichen Produktionsbetrieb haben. Da muss man ein bisschen aufpassen, sodass man tatsächlich dann auch mit Konkurrenz zu kämpfen hat und dass man den nicht wirtschaftlich führen kann, weil dann eben, ja, die Preise nicht stimmen und so weiter und so fort. Das ist hochinteressant. Das heißt aber, man kann auch dann Konkurrenten boykottieren, indem man zum Beispiel die Vorprodukte alle aufkauft, Monopole und so weiter aufbaut. Also man kann, dadurch, dass das einfach korrekt simuliert ist, diese Marktwirtschaft, kann man halt viel damit rumspielen und viel erreichen und auch eine Verknappung, eine künstliche Verknappung der Güter hinkriegen. Und auch die Waffen und Produktion und so weiter wird ja darüber simuliert. Das war, glaube ich, nochmal wichtig. Das wollte ich nochmal erwähnen. Ansonsten passiert jetzt hier nicht mehr viel. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, wir wissen noch nicht, wann das Spiel kommen wird. Die Spekulationen schießen ins Kraut. Manche sagen, das kommt noch nicht mal im nächsten Jahr. Ich habe ja große Hoffnung, dass es bis zur nächsten Gamescom draußen ist. Ich hoffe sehr. Drückt mit mir zusammen die Daumen. Ich freue mich schon sehr, sehr auf das Spiel und weil es viele Nachfragen dazu gibt, natürlich, wenn es rauskommt, wird es eine Rolle spielen hier auf dem Kanal. Es wird ein Let's Play geben, weil diese Kombination aus Sandbox, Mittelalter, historischen, pseudo-historischen Setting und Hardcore-Rollenspiel ist einfach großartig. Darauf freue ich mich sehr. Also, bis dann. Macht's gut. Euer Steinball. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Vielen Dank.